Wir grotivieren dann. Das ist das erste Mal, dass er 14 Mal das 3-0 gewinnt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass er dann noch gewinnt? So, dann haben Sie eine Erklärung dafür, dass dein Lieblingsergebnis ist die 3-0 und die zweite Frage ist, die Fans auf den Social-Medien sind nicht mit der Leistung von Scherif zufrieden. Was sagen Sie dazu? Ja, also zum Ergebnis ist es natürlich so, wenn du mal ein Tor schießt und dann das zweite noch, dass wenn der Gegner noch irgendwie eine Chance sieht, dass er natürlich noch mehr aufmachen muss und dementsprechend haben wir dann natürlich eher die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und das ist uns meistens gelungen und das sind natürlich die Spiele. Ich habe eigentlich hier erfahren, dass das unser oder mein Lieblingsergebnis sein sollte. Ja, ist schön, ist gut für uns und wir wollen weiter dranbleiben. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir die Fähig zu kommen. Ich weiß es, dass wir heute noch einmal mehr haben, dass wir hierher leben, die wir in dieser Jahrzehnte nicht mehr drauf haben. Ich hoffe, dass wir die Fähig müssen, und dass wir die Fähig sind. Vielen Dank.